Hallöchen! Ich hoffe, das funktioniert und das Bild kann man sehen. Besser gesagt, ich kann mich selbst sehen gleich. Ich wollte jetzt mal... nicht, ich wollte... Ich wollte euch mal ein Buch vorstellen. Es ist schon ein bisschen älter. Sternia. Ist ein Kinderbuch. Ja, ich weiß. Und es ist auch eine CD dabei. Also sozusagen ein Hörbuch. Oh, warte mal. Fällt die Hälfte raus. Ja. Mit CDs dabei. Man kann sich das also auch anhören mit Lieder. Ja. Und durchlesen. Und das ist cool. Ich finde das Buch schön, Leute. Ja, ich freue mich. Ich habe nämlich die Musik letztens wieder gehört. Ich finde das Lied auch so ganz toll. Ähm... Sternia rettet Atlantis. Texte sind von Renate Staudner. Und ähm... Ich weiß nicht, warte mal... Was für ein Jahr ist das denn gewesen? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist schon so lange her. Ist da überhaupt das Jahr drin? Auf jeden Fall ist da auch Musik drin. Ganz viel Musik. Da ist schöne Musik bei. Kann man auch... Kann man auch selber spielen. Weil... Wartet mal. Ich zeige euch das. Da sind auch Noten bei. Also wenn... Wenn ein Kind sozusagen irgendwas spielen möchte. Klavier oder so. Oder Gitarre. Guck mal hier. Das ist doch cool, ne? Ich finde das Buch schön. So. Aber irgendwie steht das Jahr gar nicht da drin. Ich glaube, das ist von 2007 oder so. Oder 2010. Ach, ich werde es finden. Wartet mal. 2010. Ich weiß. Jetzt habe ich es 2010. Ich habe... Ich habe das... Ich habe das Buch grad älter gemacht, als es ist. Auf jeden Fall ist es jetzt sieben Jahre alt. Juppi. Die Sternia ist sieben. Ja. Und ähm... Man kann es lesen. Und man kann es auch hören. Also es ist auch noch zu erwerben. Ja. Und das wollte ich einfach euch mal erzählen. Ich hoffe, das kann man... Kann man gut sehen, ja? Und mich auch vielleicht ein bisschen... Also viel Spaß beim Hören und Sehen von diesen schönen Büchlein hier.